Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play, so kleines Let's Play. Das Spiel gibt es für 99 Cent auf Steam, Montaro, das ist jetzt einfach nur ein Zeitvertreib, aber ich habe gerade, als ich das Spiel gestartet habe, einen Erfolg bekommen, also finde ich das schon mal sehr cool, er startet das Spiel und kriegt den Erfolg hinterhergeworfen. Naja, wir starten das erstmal und gucken, was uns erwartet. So, wir haben Unterhaufen als Leben, fein, cool. Hui, ups. Jetzt bin ich doch voll ins Loch gesprungen. Ja, ich weiß, das machen wir alles gerne. Hui. Haha, ist ja cool. Hui. Aua. Ich finde es geil. Klauen bei der Frau die Unterhose. Als ob wir nichts besser als so tun haben als Hund. Gucken wir dann noch schön unter dem Rock. Hui. Hui. whoo. Her damit. Aua. Her damit. Her mit deiner Hose. Her mit deiner Hose. Ups. Oh. Hui. Durch Unterhosen kriegen wir Leben wieder, hui, aua, die Bananenscheine sind noch das ungefährlichste mit Ii, kaputt, äh, Startgame Ups, yay, der Schlüpperdieb, Schlüpperdieb, haha Also ich finde das Spiel lustig und mal so zum Zeitvertreib ich meine, kostet nur 99 Cent Und da habe ich übrigens zur Zeit zwei Spiele noch am Standart, der eine ist so ein, keine Ahnung, Bloodshot oder so heißt das Kann man auch bis zu vier Spiele im Koop spielen, kostet auch nur 99 Cent Und, ähm, da ist halt so Zombie-Wählen, oder, nee, nicht Zombie-Wählen, aber Gegner-Wählen halt überleben Und dann habe ich noch ein Spiel für 99 Cent geholt, ähm, wo der Sohn seinen Vater unter die Dusche suchen muss Und, ähm, findet man den Falschen, dann kriegt man eine schockierende Meldung oder blamierende Meldung Also, ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt Aua, jetzt habe ich gegen das Mikro geschlagen, sorry Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt, ich finde es halt lustig, aber es gibt bestimmt auch welche die Scheiße finden Guck mal, ob man sich hier was mit Punkten kaufen kann Guck mal, ob man sich hier was mit Punkten kaufen kann Gib mir die Hose Ja, ich finde es cool Ich weiß zwar nicht, warum man Unterhosen halt kleben hat Und den Frauen hier unter dem Rohr guckt und die Unterhose klaut Aber, naja, wer ihm Spaß macht Und die merken das nicht, wir gehen einfach weiter Oh, ich habe meine Hose verloren, aber egal Ich habe ja noch einen Rock an, oder was Wir haben ja noch einen Rock an Hui Das Spiel kann man, glaube ich, auch nur im Fenstermodus spielen Deswegen mit Action kann man das Spiel zum Beispiel nicht aufnehmen, wenn man auf Spiele geklickt hat Sondern man kann es nur aufnehmen, wenn man da ausgewählt hat, bestimmte Fenster aufnehmen und dann das komplette Fenster markiert hat Hui Und weggekickt Hui Oh, das war doch nicht so gut Ich dachte gerade, cool, jetzt haben wir unseren Rahmen getötet Dabei hat er uns gekillt Hui Und am Rock geguckt Hui Also auch wenn ich hier gerade auch verrecke Ich finde das Spiel einfach funny Hier einfach mal den Teenagern einen Rock klauen Und die gehen einfach weiter Gucken nicht mal schockiert oder irgendwas Nee Warum denn auch Der Hund hat halt unseren Mini-Rock Äh Und dann Flip Gucken seid unterm Rock Hui Hey, du kleine Drex-Hara-Rabe Rabe mag mich nicht Mh 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 Aua Ich find's halt lustig Ich weiß nicht, wie ihr das seht Schaut mal eure Meinung in die Kommentare Ich weiß, es kostet nur 99 Cent Das ist jetzt nicht das teuerste Spiel Aber es ist auch dafür lustig Also ich find's sehr lustig Ups Ups So Ups 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 klauen dort habe ich hier gleich noch zwei runden noch ja gut eine runde noch mal gucken ob wir hier drei minuten überleben dass die folge zehn minuten geht ich glaube es war nicht aber nein naja egal ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ihr alle doch einen daumen nach oben da wenn ich einen daumen nach unten und treibt mal eure meinung in die kommentare bis dahin und ciao